Moin Moin und herzlich willkommen zu den heutigen EW News. Heute gibt's alle Infos zur Vertragsverlernung von Laura Freigang, zum vorläufigen Olympiakader und zu zahlreichen bekannten Gesichtern, die ab nächster Saison in einem neuen Dress zu sehen sein werden. Stay tuned und let's go! Die Fans der Eintracht können durchatmen. Fanliebling Laura Freigang hat ihren Vertrag bis 2027 verlängert und erteilt den Wechselgerüchten damit eine klare Absage. Freigang sagte zu ihrer Verlängerung, Die Gründe für meine Vertragsverlängerung kennen eigentlich alle. Es ist offensichtlich, wie sehr ich die Stadt und den Verein liebe. Wir haben noch ganz viel vor hier in Frankfurt und ich möchte unbedingt dabei sein und die Zeit mitprägen. Frankfurt ist einfach zu meiner Stadt geworden, deshalb bleibe ich noch ein bisschen. Für Fans und Fußballdeutschern ist das natürlich eine tolle Nachricht und ich persönlich feiere es extrem, dass Laura auch weiterhin in der Bundesliga zu sehen sein wird. Was sagt ihr zu der Verlängerung? War das der richtige Schritt für sie? Schreibt's mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Der vorläufige Olympiakader der deutschen Nationalmannschaft ist draußen. Insgesamt gibt es bei den 18 nominierten Spielerinnen tatsächlich keine großen Überraschungen. Das Team hatte sich im Kern in den letzten Wochen und Monaten gefestigt und es hatte sich sichtbar herausgestellt, wer in das System von Trainer Horst Rubisch reinzupassen scheint und wer eben nicht. Auf Abruf stehen bis auf weiteres Rauch, Minge, Anjomi und Johannes. Da in den letzten Tagen so viel passiert ist, gibt's jetzt noch ein paar kurze Meldungen. Es ist bestätigt, Freunde, die ehemalige Nationalspielerin Melanie Leupolz wird künftig für Real Madrid auflaufen. Das Ziel dabei ist klar. Sie wollen die Dominanz des FC Barcelona durchbrechen und sich einen konkurrenzfähigen Kader zusammenstellen. Mit Leupolz, Angeldahl und Redondo haben die Matrilinen in den letzten Wochen wirklich schon sehr starke Transfers getätigt. Das wird vermutlich noch nicht für die Meisterschaft reichen, aber in Madrid entsteht gerade etwas. Die ehemalige Wolfsburgerin Dominik Jansen wechselt nach England zu Manchester United. Jansen hat bei ManU einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Laut Sky-Sport-Informationen konkretisiert sich gerade ein Wechsel von Star-Spielerin Viviane Miedema von Arsenal zu den Liga-Konkurrentinnen aus Manchester. City soll dabei gewillt sein, den Deal schnellstmöglich über die Bühne zu bringen. Heißt, wir werden vermutlich sehr bald mehr wissen. Die 19-jährige kanadische Top-Spielerin Olivia Smith wechselt per Ausstiegsklausel in Höhe von knapp 250.000 Euro von Sporting zu Liverpool. Damit bezahlt Liverpool eine klubinterne Rekordsumme und bekommt im Gegenzug eines der verheißungsvollsten Talente im Frauenfußball. Von Liverpool nach Meppen. Leistungsträgerin Cornelia Grosica wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger Turbine Potsdam. Damit verliert Meppen eine weitere wichtige Spielerin. Leverkusen hört einfach nicht auf, weitere Spielerinnen für die kommende Saison zu verpflichten und damit den Kader in der Breite zu stärken. Mit Caroline Kehrer kommt nun eine weitere Stürmerin zum Werksklub. Sie hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Mariona Caldentei ist nun eine Gunner. Die 28-Jährige wechselt vom FC Barcelona zu Arsenal London. Damit reiht sie sich in die inzwischen topbesetzte Londoner Mannschaft ein und erhöht den Marktwert der Gunners immens. In Wolfsburg wird weiter fleißig aufgerüstet. Mit den 21-jährigen Spielern Justine Kehland, Ariane Arias und Ella Peddemors kommen drei perspektivisch interessante Spielerinnen nach Wolfsburg. Letztgenannte wird allerdings zunächst für eine Saison zu Twente ausgeliehen. Kehland und Arias können währenddessen im Windschatten der erfahrenen Spielerinnen reifen und sich an die erste Elf herantasten. Mal schauen, ob sie in dieser Saison schon eine wichtige Rolle einnehmen können. Eine weitere gute Nachricht für alle VfL-Fans ist, dass Svendes Jonszotir vorerst bleiben wird. Laut Informationen von Ori Sigurdasson bleibt Jonszotir für die kommende Spielzeit definitiv in Wolfsburg. Er schrieb zudem, dass der Verein nach seinen Informationen alle eingegangenen Angebote für die Außenspielerin abgelehnt habe. Und das war's schon wieder für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf eure Kommentare. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und ciao!